Herzlich Willkommen zu einer weiteren Live-Behandlung hier bei MAC Aesthetics. Heute dreht sich wieder alles um das Stirndesign und der Facharzt hat die besagte Stelle einmal schon desinfiziert. Jetzt ist das Bild etwas verschwommen für all diejenigen, die keine Spritzen oder Blut sehen können. Hier haben wir jetzt eine Behandlung mit Botox in Kombination mit Hyaluronsäure, denn unsere Patientin möchte nicht die Mimik verlieren, das war ihr besonders wichtig und das wurde auch im Beratungsgespräch vorab geklärt. Und ich denke, damit können wir uns zufrieden verabschieden. Bis zum nächsten Mal.